Oh mein Gott Freunde, im heutigen Video zeige ich euch 5 unfassbar nützliche und wichtige Apps, die jeder Brawl Stars Spieler haben sollte. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video und Freunde, heute gibt es mal wieder ein ultra krasses Video und auch ein ultra wichtiges Video. Denn im heutigen Video stelle ich euch 5 Apps vor, die jeder Brawl Stars Spieler unbedingt haben sollte. Es sind sehr sehr praktische und nützliche Apps, aber auch witzige Apps, die zu Brawl Stars dazu quasi gehören, die ihr bestimmt noch nicht kennt. Und ja, wird auf jeden Fall ein sehr geiles Video. Schaut euch gerne alle 5 Apps an, lasst ein Like da und natürlich auch ein kostenloses Abo, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr diese Apps auch selbst benutzt, würde mich mal sehr interessieren Leute. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit der allerersten App. Let's go! Die erste App sollten auf jeden Fall schon relativ viele kennen. Sie heißt Brawl Stats. Gibt es glaube ich sowohl für Android als auch für iOS Leute und das ist eine App, die ich persönlich schon sehr sehr lange benutze, schon sehr viele Jahre. Und die extrem geil einfach nur ist. Und zwar, ja, wenn ihr die App öffnet, dann kommt ihr als erstes hier hin. Gib deinen Spielerkürzel ein, um deine Statistiken zu verfolgen. So Leute, das habe ich jetzt mal gemacht und jetzt drücke ich auf Öffnen und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist nämlich sausau geil, die App. Wir bekommen jetzt extrem viele richtig coole Statistiken zu meinem Brawl Stars Account. Zum Beispiel hier die normalen, ja, auch meiste Trophäen, zum Beispiel 50.500 jetzt bei mir oder auch, ja, wie viele 3 vs. 3 Siege, Solosiege ich habe und so weiter. Aber zum Beispiel auch das hier ist mega interessant, der Trophäenfortschritt. Dann seht ihr unten quasi, wie meine Pokale sich entwickelt haben. Ihr seht genau, wo ich den 50.000 Pokale-Push gemacht habe. Das war zwischen September und November so. Da ging das sehr schnell nach oben. Dann immer so, wo die Season-Belonung ist, droppt das quasi immer so ein bisschen. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und immer, wo es so ein bisschen hoch geht, kam ein neuer Brawler raus. Also das ist eigentlich sehr interessant zu sehen. Dann seht ihr hier noch meinen Kampf-Log, Leute. Ja, ihr seht hier meinen Kampf-Log zum Beispiel oder dann von eurem Profil und seht, gegen welche Spieler ihr gespielt habt, wie das Ganze ausgegangen ist und so weiter. Außerdem ist zum Beispiel auch sehr interessant, ihr könnt hier jeden einzelnen Brawler euch angucken tatsächlich, was der Rekord war von den Pokalen. Ja, mit jedem einzelnen Brawler. Zum Beispiel sehe ich das, also Brock habe ich aktuell auf 849, aber ich hatte ihn schon mal auf 1008. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Spike auf 1005 und so weiter. Na, dann sehen wir jetzt einfach mal hier durch. Leon auf 1009. Ja, die meisten so knapp über 1000. Aber zum Beispiel hier Mr.P 1251. Sehr, sehr interessant. Und auch die Power-Level. Dann könnt ihr hier zum Beispiel auch sehen, in welchen Clubs ihr schon alles wart. Wann ihr, also ja, reingegangen seid, wann ihr gelieft seid aus den Clubs. Mega heftig. Außerdem, was saupraktisch ist, Leute. Ihr könnt hier nachschauen. Zum Beispiel gehen wir jetzt auf den Modus Showdown. Gehen hier zurück. Und wir haben jetzt nochmal 600 Pokale plus eingestellt. Und ihr könnt sehen, welcher Brawler aktuell die meisten Siege in Solo-Showdown macht. Auf über 600 Pokalen. Seht ihr zum Beispiel, dass Eve und Max und Pam zum Beispiel aktuell die besten Win-Rate haben in Solo-Showdown. Und das könnt ihr bei jedem Modus nachgucken. Außerdem könnt ihr immer schauen, welche Ereignisse und Maps als nächstes kommen. Und ihr könnt euch auch die Top-Spieler hier angucken. Zum Beispiel Hyra sehen wir hier gerade auf Platz 3. Und könnt dann einfach ganz normal auf Hyras Profil gehen, Leute. Und dann könnt ihr diese ganzen Sachen auch von Hyra euch anschauen, ne. Die ich euch eben gezeigt habe. Seinen ganzen Kampf-Log. Seine Brawler-Statistiken. Welche Brawler er wie hoch hat aktuell. In welchen Clubs er war. Mega interessant. So Freunde. Und die nächste App gibt es tatsächlich leider nur für Android. Leider nicht für iOS dieses Mal. Und zwar heißt sie tatsächlich Wallpapers for Brawl Stars. Auch mega praktisch, wenn ihr auch Handy-Hintergründe haben wollt. Wir starten jetzt mal die App. Genau. Ihr seht auch noch eingeblendet, wie die App auf Google Play oder so heißt quasi. Und ihr seht schon, das ist eine App, wo richtig viele Wallpapers für Brawl Stars sind. Also Fan-Arts. Also im Prinzip einfach Fan-gemachte Hintergrundbilder. Und hier gibt es auch vor allem, was ich sehr cool finde, so Packs, ne. Und zum Beispiel gehen wir jetzt mal in Pack 8. Zum Beispiel das finde ich mega geil. Das ist einfach dieser blaue Hintergrund. Ganz simpel. Ja, den können wir jetzt hier mal so groß machen und uns nochmal so anschauen. Und ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel, dass wir den einfach mal als Homescreen einstellen. Und zack. So Freunde, jetzt haben wir den als Hintergrundbild eingestellt. Genau. Und das, ja, hier sind einfach richtig, richtig viele Hintergrundbilder am Start. Mega cool. Wie gesagt, manche auch Fan-Arts. Manche halt so zusammengestellt. Und das ist zum Beispiel jetzt so ein Pack gewesen. Wir haben ja auch zum Beispiel mehrere Packs. Gehen wir mal in Pack 6 zum Beispiel rein. Die haben ja zum Beispiel hier so eine richtig coole Zeichnung von Shiba Dernita, Leute. Und dann machen wir das zum Beispiel jetzt einfach mal als Homescreen, ne. Und das funktioniert dann ja auch sehr, sehr nice. Jetzt haben wir quasi Shiba Dernita hier als Background. Ja, da könnt ihr ja natürlich ein bisschen länger rumgucken als ich jetzt. Und coole Backgrounds euch raussuchen. So Freunde, und die nächste App ist Brawl Dash. Die möchte ich euch auf jeden Fall unbedingt auch nochmal zeigen. Und so ist das Geile, dass Brawl Dash quasi so eine Mini-Version von Brawl Stars ist, die ihr aber ohne Internet verwenden könnt. Das heißt, wenn ihr kein Internet irgendwo habt und trotzdem irgendwie so Brawl Stars oder was ähnliches spielen wollt, dann holt euch doch gerne Brawl Dash. Ihr habt hier genau so ein Trophäenpfad einfach und die Modi und die Brawler, die ihr freischalten könnt. Ihr habt hier so ein Profil genau wie ein Brawl Stars. Ihr habt hier 16 Brawler, die ihr euch freischalten könnt. Und das ist gar nicht so einfach. Also man kann ja auch sehr viel spielen. Dann haben wir hier genauso auch tatsächlich unseren Shop, ne. Wo wir einfach die dicksten Angebote haben, Megaboxen und so weiter. Und man kann sogar dort meinen Creator Code eintragen, Leute. Ihr supportet mich zwar damit, damit nicht so wirklich in diesem Spiel, ne. Aber ist trotzdem lustig. Deswegen Lukas einfach mal eingegeben, Leute. Sehr, sehr geil. Und dort gibt es auch verschiedene Modi. Zum Beispiel spielen wir mal jetzt Showdown dort und play. Gehen wir jetzt mal an den Ladescreen. Ich habe das Game vor kurzem schon mal euch gezeigt. Ich zeige es deswegen nur ganz kurz. Weil es aber trotzdem sehr lustig ist, wenn ihr kein Internet habt. Weil das funktioniert auch komplett ohne Internet, Leute. Hier können wir springen. Zack. Es ist so ein bisschen wie ein Geometry Dash. Und hier können wir schießen, ne. Auf dem anderen Knopf. Und jetzt müssen wir 100% schaffen. Das macht echt ultra Bock. Und vor allem ist es halt mit den Brawl Stars Charakteren und so weiter. In diesem Pixel-Style gehalten. Finde ich sehr, sehr geil. Und genau. So funktioniert das Ganze. Ich werde aber jetzt mal sterben. Damit wir jetzt nicht zu lange Zeit verschwenden mit dieser App. Und dann können wir hier quasi wieder rausgehen. Ist eine sehr, sehr coole Sache. So, Leute. Die nächste App ist tatsächlich eine offizielle Supercell-App. Und zwar heißt sie animierte Emoji. Brawl Stars, werde zum Brawler. Einfach ultra lustig. Und das zeige ich euch jetzt auch einfach mal. Und zwar, wenn ihr in der App seid, Leute. Ihr seht schon. Ich bin jetzt gerade einfach so ein Colt. Und dieser Colt, ne. Macht genau die Bewegung wie ich. Ihr könnt dort wirklich zu einem Brawler werden. Ultra lustig. Und so saulustige Videos aufnehmen. Zum Beispiel. Ich mache jetzt mal so. Und ihr seht schon. Dieser Colt macht einfach genau das, was ich mache. Zum Beispiel geht das auch mit Crow. Ihr könnt dann einfach so zu Crow werden. Und so. Ah, uuuh. Digger, saulustig. Oder auch einfach Mortis. Ne. Und das könnt ihr auch zum Beispiel ganz easy hier aufnehmen. Zum Beispiel drücke ich das jetzt mal hier auf. Oder nee, komm. Wir machen nochmal Poco. Hallo. Ich bin vorbei. Komm, wir machen es mal mit Shelly. Let's go. Hallo. Ich bin Shelly. Keine Ahnung. Irgendwas labert auf jeden Fall. Mega lost. Und dann könnt ihr das sozusagen mit Sound nochmal abspielen. Ihr seht das hier. Sehr, sehr lustig, ne. Also, ja. Ist nur so eine Kleinigkeit. Aber finde ich auf jeden Fall ganz cool. So, Leute. Und die nächste App ist auch nochmal so eine kleine, ja. So eine kleine Meme-Version von Brawl Stars. Und zwar heißt sie Bubble Quas. Äh, ja. Und im Prinzip ist das auch so eine Art Mini-Brawl Stars. Ich glaube, dafür braucht man Internet, wenn ich jetzt richtig liege. Es gibt hier einfach mal 72 Brawler, die ihr freischalten könnt. Das ist einfach so eine Meme-Version von Brawl Stars. Zum Beispiel einfach mal so ein Affen oder so an so einem Laptop, ne. Den wählen wir jetzt mal aus. Dann gibt es hier auch verschiedene Modi. Einmal Bubble Jump, Bubble Run. Ähm. Wir gehen jetzt mal auf Bubble Jump. Und ja, ihr seht schon, dann könnt ihr quasi auch so Minigames spielen. Euch damit so Gems freischalten und so. Und damit auch weitere Boxen öffnen. Dort gibt es tatsächlich genauso einen Shop, wo ihr so Boxen öffnen könnt. Auch sogar einen Bubble Pass gibt es hier, ne. Das ist wie so ein Brawl Pass auch. Und zum Beispiel können wir das nochmal abholen. Jetzt haben wir jetzt die so eingefordert, ne. Dann so, keine Ahnung, irgendeine Flasche. Dann einfach The Rock. Also es ist saulustig, Leute. Ähm. Auch eine sehr, sehr lustige Brawl Stars-Version. Tja, Leute. Ich würde sagen, das waren tatsächlich die 5 Apps, die ich euch vorgestellt habe. Lasst doch mal einen Like da. Wir sehen uns. Und damit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.